Geleite die riesige Schiepiste runter und erreiche die Ziellinie so schnell du kannst. Achte darauf, dass du die Slalom-Torre durchquerst, sonst bekommst du eine Zeitstrafe. Wer die schnellste Zeit hat, gewinnt. Jetzt weiß ich, wieso ich Faultiere nicht mag. Weil du noch nie so ein talentiertes und freundliches Ding nicht kennengelernt hast. Nein, du bist voll nervig und ich werde mit deinem Tor so Tango tanzen. Oh, Tupac, ich wollte schon immer mal Tango jahren. Mach doch mal jemand schnell die Planke für den Kerl bereit. Nein, 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 lass da ruhig Zeit. Sag mal, ich muss dein Leben. Hallo, Tupac, komm mit dem Ärztchen. Jetzt mach ruhig schneller. Na los, Skupta, komm mit dem Ärmchen. Na los, Skupta, komm mit dem Ärmchen. Na los, Skupta, komm mit dem Ärmchen. Da stehst du dir auf. Na los, Skupta, komm mit dem Ärmchen. Skupta, komm mit dem Ärmchen. Mach jetzt schneller, oder häng dich nicht. Na los, Skupta, komm mit dem Ärmchen. Gib jetzt nicht auf, Skupta. Na los, Skupta, komm mit dem Ärmchen. Weiter, Skupta. Na los, Skupta. Nicht gleich für ein Thema. Die können so viel besser als die Alternative. Das war nicht mein Rennen, denn nicht überall Bäume und diese blöden Fähnchen waren auch im Weg. Du hast verloren, Skupta. Du hast verloren, du warst ein Gupta. Du bist ein Gupta. Was ist denn, du willst ein Gupta? Ich? Ich bin Gupta. Willst du ein Rennen, Gupta? Ich mach dich fertig wie den letzten Blöden, Mann. Das war ich. Und ich habe gewonnen. Vielleicht soll ich dich einfach aufgeben.